Hallo und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator mit Dennis. Hallo. Ja, ich denke mal nach dem Part machen wir dann erstmal Schluss. Denke ich auch. Also es ist ja jetzt schon gut wie spät haben wir jetzt. Wir haben jetzt halb elf. Oh, schon. Halb elf, ja. Wir haben schon wieder, was weiß ich, wie viele Parts aufgenommen. Acht Uhr haben wir ja angefangen zu skypen und dann, naja, bis wir dann mal angefangen haben, waren bestimmt auch 20 Minuten voran. Also wir haben es bestimmt schon zwei Stunden aufgenommen. Ähm, ja, locker. Ja. Ich vermute mal, es werden so knappe neun bis zehn Parts gewesen sein. Da haben wir hier, hast du wieder gut was hochzuladen. Genau. Kann ich diese Woche schon machen, dann habe ich, glaube ich, zwei Seiten im Videomanager Vorsprung. Und danach hast du dann ja endlich mal ein bisschen Zeit für deine anderen Abonnenten. Genau. Ich mache den nächsten, äh, oder hoffentlich, ich weiß jetzt gar nicht, ich sage das ja schon seit Monaten oder seit anderthalb Monaten, ich will mit Eurotrack anfangen, habe ich jetzt dieses Wochenende vor. Wahrscheinlich läuft es jetzt schon. Und da habe ich halt ganz besondere Sachen mit Gästen vor und so. Ja. Sowas habe ich mir auch schon vorgenommen, so mal ein paar einzuladen, aber das ist auch wieder so eine Sache, die größeren Display kriegt man ja gar nicht so zu sich hin. Ich meine, ich habe jetzt, jetzt habe ich 14 Abonnenten, ich kriege jetzt zur Zeit so weit durchschnittlich. Die letzten Tage habe ich immer einen Abonnenten bis auch zwei Abonnenten dazu gekriegt, das ist schon ganz gut. Ja, gerade, also wenn man so groß ist. Also dann fand ich zwei, drei Abonnenten die Woche schon richtig ordentlich. Das ist aber, das kommt glaube ich mit Eurotrack Simulator, weil der ist schon, ich kriege zwar zur Zeit ein bisschen weniger Klicks als beim Landwirtschaftssimulator. Was hast du denn so im Moment an Klicks? Ähm, jetzt nach einem Tag habe ich ungefähr bei Landwirtschaftssimulator so weit zwischen acht und zehn Klicks und beim Eurotrack Simulator so weit um die fünf Klicks. Ist noch nicht die Menge, aber ich meine, für die Abonnenten ist es schon ganz gut, ne? Ja, das ist wohl im Bereich so unter 15 Klicks, sag ich mal, da weiß man auch nie, ob die jetzt durch irgendwas anderes gekommen sind oder durch die Abos. Ja, deswegen, ich gucke aber meistens auch immer dann bei den Tagesstatistiken oder bei den Statistiken halt, wie lange der das wiedergegeben hat. Ja, das ist auch immer ganz interessant. Also ich muss sagen, ich glaube ich liege so bei acht Minuten oder so im Moment. Also im ganzen Part schauen sich nicht viele an. Oder jedenfalls nicht der Großteil. Wo kann man sich das eigentlich angucken? Analystics und dann Zuschauerbindung. Ach so, ja gut, das könnte ich ja mal machen, weil ich habe bis jetzt immer nur so geguckt, so die Wiedergabezeit. Wie viel Wiedergabezeit ich am Tag halt gekriegt hatte. So, Schätzchen, was möchtest du haben? 130 Euro, 130.000. Wofür? Ja, wofür? Ist die Frage. Kramer und so ein Mischwagen oder vielleicht ein Ladewagen? Ist vielleicht auch nicht schlecht. Ein Ladewagen, meinst du für Ballen? Für Gras. Achso, ja so, das wäre glaube ich auch nicht schlecht. Aber naja, hm. Das ist jetzt die Frage. Das ist nur, wenn du eben einen Ladewagen haben möchtest, dann würde ich vorher natürlich auch eben das, den Zetter und so weiter alles kaufen. Ich weiß nicht, ich würde vielleicht erstmal mit dem Kramer anfangen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt unbedingt willst oder ob du vielleicht doch direkt Gras machen möchtest. Und dann musst du halt noch ein bisschen mehr investieren eben durch die, durch die, hier, durch die, wo haben wir die? Ähm, durch den Zetter oder eben halt Wender. Ich nehm ich das halt auch, die meisten halt auch. Und den Schwader. Wobei ich da dann schon mindestens dem, beim Schwader, den grünen... Ich denke, ich werde überall das Größte nehmen oder das, was dich halt am meisten lohnt. Weil sonst, ich hab das selber auch schon gemacht und dann lohnt sich das anders nicht. Die kleinen Sachen sind mir sowas, finde ich immer, wenn man damit gerade anfängt. Also, wenn man noch sehr früh im Spiel ist, dann kann man sich, sag ich mal, auch den kleinsten Zetter holen oder so. Oder Wender. Ich sag eigentlich auch eher Wender. Wobei, was ich ja sogar noch, was ich sogar noch ziemlich extrem finde, ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt der Pöttinger Vierkreisel oder der Kuhn GA ist. Auf jeden Fall, hier, auf jeden Fall von den Schwadern, ich glaube, fast alle davon, kann sogar der kleine Kramer noch ziehen. Und hier den Kuhn, den breitesten von den Zettern oder eben halt Wendern, der hat 17,2 Meter Arbeitsbreite, der Wender. Und den kriegt der kleine Kramer, glaube ich, sogar auch noch gezogen. Das ist schon ganz schön heftig. Ja, das ist echt ordentlich. Also hab ich jetzt so im Kopf. Ich hab's jetzt ja, ehrlich gesagt, seit lange nicht mehr gemacht, weil ich mach jetzt einfach... Ich mach auch keine Ballen mehr oder sowas. Ich mach das bei mir alles mit dem Kuhn eine Big M. Ja, den hab ich auch irgendwann vorzukaufen dann. Für die Kühe. Und dann auch wahrscheinlich dann halt auch auf einem großen Feld und dann für 100 Kühe oder so. So stell ich mir das dann bald vor. Aber ich würde auf jeden Fall, auf jeden Fall später halt, wenn du den, ähm, Krone Big M hast, dann würde ich auf jeden Fall halt den größten kaufen, den größten Doppelzweck-Ladewagen, weil der hat auch eine größere Arbeit. Ja, den möchte ich eigentlich auch direkt kaufen. Der hat auch eine größere Arbeitsbreite. Kann man den direkt dahinter hängen? Oder wie ist das? Nee, das geht nicht. Weil das ist eigentlich sogar ganz logisch, weil der hat ja, weil der heißt ja, der Ladewagen, der braucht ja Zapfwelle. Der ist halt gelbe, der gelbe Stab, der ist eine Zapfwelle. Die braucht er halt. Und das hat der Krone Big M ja, hat der nicht hinten dran. Deswegen kann man den halt nicht hinten dran hängen. Ist zwar schade, aber irgendwie auch logisch. Ähm, was mir nur gerade so einfällt, wir haben jetzt am Feld, am Hof noch ein bisschen Felder mit, äh, auf den Gerst und sowas anwächst. Mhm. Äh, wie sieht's denn damit aus von wegen, ähm, wie viel Ballen haben wir jetzt? Wir haben bestimmt schon 20, 30 Stück, ne? Ja, das denke ich schon, also wir müssten jetzt so... Fährst du den, ähm, am besten zum Hof, den, äh, 60 Tonner, der bei Feld einstand? Ja, mach ich. Ich hab nur eben kurz hier den Sähelfer aktiviert, dass der hier weitermacht. Jetzt haben wir ja einen Helfer frei. Mhm. Immer direkt immer alles auslasten. Ich möchte den dann noch eben kärchern hier. Mhm. Ist der jetzt schon wieder gut dreckig? Ja. Richtig versaut? Richtig, ich glaub der, äh, ich glaub bei denen gibt es auch nur dreckig oder sauber. Mhm. Hab ich so das Gefühl. Ist ja auch ganz praktisch. Ja, kann man häufiger. Richtig versautes Teil. Genau. Genau. Ah, ich mag den irgendwie, der fährt sich so komisch, so schwammig, man sitzt so hoch. Mhm. Nur, ich würd vielleicht, ich würd's mal, ich würd's vielleicht mal ausprobieren, vielleicht probiert er auch mal bei mir auf dem privaten Profil aus, wie das so mit dem, ähm, hier mit dem Wagen, da hier diesen Schneidewerkswagen, wie das funktioniert, wie die Physik damit so ist, weil ich find, ja, die Physik ist dabei noch ziemlich schlecht, also zumindest bei dem vom Spiel und vielleicht haben die das hier ja ein bisschen besser gelöst, das wär ja schön. Ja, das wär cool, weil der ist hier echt ein bisschen zu übertrieben. Ja, damit kommst du nicht durch die Stadt durch, das geht nicht. Ja, gerade da runter zum Feld 7. Hm, wenn man nicht Pascal heißt, kommt man da nicht durch. Ja, oder man, man baut sich die Map um, hab ich schon mal probiert, dass ich mir einen Weg vom Feld aus direkt runter zum Feld 7 mach. Ja, wie denn, kann man so ne Art Map Editor runterladen oder so was? Es gibt den Giants Map Editor, aber ich find das alles so ein bisschen kompliziert, ehrlich gesagt. Könnte man da auch dann die Berge wegmachen und sowas? Ja, theoretisch könnte man die Berge wegmachen, man kann ne komplett eigene Map bauen. Das ist cool, weil dann könnte man, dann würde ich nämlich zum Beispiel bei Feld 13, da hinten, da würde ich ne Verbindung Richtung Feld 1 machen oder eben halt Richtung da dem Güterbahn. Ja, oder Feld, äh, ja, Feld 13, Feld 1 oder wird wenn du, ähm, bei Feld 17 da oben, wo diese Kurve hoch geht, da zum Dorf, ne? Mhm. Da in die andere Richtung, da so rechts abknicken zum Feld 7, das hab ich immer probiert. Mhm. Den Berg so runter. Das wär auch eigentlich eine ganz coole Sache. Mhm. Den Berg so ein bisschen niedriger machen und dann so ne schöne Abfahrt da machen. Genau. All sowas. Das ist eigentlich alles ganz schön. Nur eben wahrscheinlich sehr kompliziert. Ja, also ich komm damit nicht klar. Ähm. Kann ich mir gut vorstellen, das ist ja nicht immer alles ganz einfach. Ja, vor allen Dingen, man ist einfach auch nicht so geübt da drin. Ich sag mal so, wenn ich das jetzt irgendwie, Erfahrung da drin hätte, dann wäre das bestimmt kein Problem. Das ist, glaub ich, kein so schwerer Game Editor. Man muss das dann nur einmal raushaben und dann, dann klappt das. Ja, das ist jetzt ja auch nicht irgendwie die übelste Crisis Engine oder so. Mhm. Aber wie gesagt, wenn man's einmal raus hat, dann kriegt man's hin, aber sonst halt nicht. Also irgendwie ist das hier kein Fest mit dem Riesenschneidewerk durch. Dann krieg ich nur Pascal hin. Den hab ich ja letztens geritten. In Pascal, äh, in Kadettsaufnahme. Da, äh, war ich mit dem größten Drescher unterwegs und er hat mich dann halt in seinen Hänger reingekriegt. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber ich saß wirklich in seinem Hänger. In diesem Glas, äh, Karat oder wie der heißt. Ja, da gibt's manchmal schon ganz komische Bugs, so wie ich ja eben auch, hab ich ja vorher schon einmal in einem Part erzählt, dass ich mir wirklich, wo ich das Schneidewerk drankriegen wollte, mit meinem ersten Versuch ist das Schneidewerk im Boden gelandet. Das war ja auch, also... Kannst du mal gucken, ob es noch irgendwie Helfer oder so gibt, die, oder irgendwas, was noch wichtig ist? Stimmt, wir haben ja noch einen Helfer frei. Das, das ist mir gerade eingefallen, weil wir haben mit denen... Ist, ist Feld 1 fertig? Feld 1 ist nicht fertig, aber Feld 7 ist fertig, deswegen. Also irgendwie sehe ich keinen Unterschied beim Kärchern. Ne? Ne, passiert das nicht so. Muss ich mir das mal angucken. Oder? Wird der ein bisschen heller? Ich glaub schon. Ja, der wird heller. Muss nur lange draufhalten. Cool. Das find ich gut, dass man lange draufhalten muss. Und nicht irgendwie nur eine Minute. Ich seh, da ist ja, glaub ich, auch ein Fleck immer da drauf. Das sollte man, glaub ich, ziemlich extrem dann sehen. Ich glaub, jetzt ist er ganz sauber, oder? Der wird wirklich heller, yo. Ist ja cool. Das ist richtig schön. Mhm. Aber auf den spare ich auf meinem... Auf dem, ähm... Beim Let's Play spare ich auch schon auf dem wahrscheinlich, weil... Einmal wurde er eben auch gewünscht und ich will ja nachher, jetzt bei Kühl, will Ballenpress und sowas hab ich, glaub ich, das war schon... Hab ich schon. Alles mir fehlt dann nur noch der Drescher. Den werd ich nachher mit dem Rest von der Biogasanlage wahrscheinlich machen. Dass ich dann noch versuch, so viel wie möglich hinzukriegen und dann noch ein paar Sachen verkaufen, dass ich mir den halt auch leisten kann. Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache hier. Der ist schon cool. Ja, ich glaub, hier von der Seite ist er sauber. Das wär doch mal, weil man hier das Fass hier sauber machen könnte. Das ist ja auch nicht so cool. Ja, das hab ich vorhin schon mal probiert, das geht nicht. Ich steh da drauf. Guck mal, ob die andere Seite auch schon sauber ist. Ja, die sind dann beide gleichzeitig sauber. Mhm. Ähm, ich glaub, der kann erstmal... Der kann hier vorne schon anfangen bei den Feldern. Stimmt, die sind ja auch schon fertig. Dann muss ich mal gucken, ähm... Ballenpressen... Okay. Und dann fahr ich mal kurz hier den Ballenhänger wieder zurück. Man muss nur gucken, wo soll ich mit den ganzen Ballen hin? Ähm... Welche Ballen? Von welchen... Die ganzen Strohballen, die wir natürlich danach kriegen. Ähm, ja, die kommen dann auch da hinten hin, würde ich sagen. Was ich, was ich sonst cool fände, wäre, wenn es hier so was ähnliches gäbe, so wie halt dieses Silo, halt nur... Na gut, wenn man das Silo jetzt zum Beispiel nicht bräuchte oder sowas, dann könnte man da die ganzen Ballen reinpacken, weil dann kann es so sein, dann kann es nicht wegfallen und man kann richtig schön hoch stapeln. Das wäre cool. Ja. Wenn man so seine eigenen Silos bauen könnte, also so seine... so zwei Wände machen oder sowas, das wäre schon ganz cool. So, ähm... Haben wir jetzt gerade zwei Helfer an, weißt du das? Ne, wir haben nur einen Helfer an. Gut, weil, ähm, die Mais-Säemaschine, die sollte da eigentlich noch bleiben. Da sind ja noch mehr Felder in der Nähe. Ach so, okay, dann... Ja, ich stehe erst am Hof. Ja, ich hab's jetzt zurück, also ich bin schon auf halber Strecke. Schon im Dorf. So. Ich denke mal, ich werde jetzt gleich mal die Ballen... die Ballenpresse das Ganze so hinstellen, dass das für mich irgendwie... mit noch am, ja, ich sag mal, realistischsten aussieht und vor allem auch irgendwie... Kannst du gerne mal ein bisschen am Hof aufräumen, das hat ja, glaub ich, auch mal wieder nötig. Ja, das mach ich, glaub ich, mal, und dann halt nachher eben die Ballenpresse, dann werde ich dann mal, glaub ich, die... Da werde ich, glaub ich, mal mit dem Trecker mit dem Frontlader machen und dann die Ballen... Hast du denn 60 Tonnen eigentlich ausgekippt? Da war doch ein bisschen Raps drin, ne? Ja, die hab ich ausgekippt. Das ist gut. Hab ich dann eingestellt. Neben den... Neben den Hühnern. Wie viel Helfer hat man eigentlich im normalen Spiel, das sind bestimmt... Entweder unbegrenzt oder vier, fünf? Ich glaub, unbegrenzt. Also, ich mein, da sind schon ein paar, weil ich kann nämlich wirklich auf... Hab ich schon mal gemacht, also mehr als fünf sind es auf jeden Fall, weil ich hab nämlich schon mehr als fünf Helfer am Laufen gehabt. Ja. Das denke ich mir auch so. Weil ich dann nämlich, wie gesagt, auf meinem privaten Profil dann... Ähm... Drei Kartoffelernter, dann mindestens drei, die grubbert, gegrubbert haben und auch mindestens drei, die gesät haben. Da bist schon bei neun, also... Ja, also dann... Jetzt, wo ich grad hier auch den Rübenerntter von dir sehe, wieder stehen sehe, da bin ich da grad am... Bin ich da grad am Denken, der steht ja hier in so einer... in der großen Halle, ne? Also in dem großen Unterstand. Ja. Und so einen großen Unterstand hier, die rechte Seite davon, von diesem Unterstand hier... Von dem Unterstand. Ja. Wo ich hier bin, da hab ich mir die Ernte reingestellt. Ja. Und da ist wirklich bis auf den letzten Zentimeter, bis zum Paul, ist hier komplett voll mit drei Erntern. Das sieht so heftig aus, wenn da so davor steht, da steht man direkt vor drei Erntern. Ja. Hier vorne ist das Gras, was wir mal gepflanzt haben, ne? Mhm. Da, da muss man eigentlich mal drüber grubbern. Haben wir eigentlich beim letzten Mal schon gemacht, aber hat der vielleicht irgendwie nicht so richtig behalten. Okay, mach ich vielleicht dann mal auf Scream. Ja. Oder vielleicht in der nächsten Aufnahme. Mhm. Ich wollte noch einmal hier den, ähm, einen Deutz zum Feld 7 fahren. Mhm. Und du musst jetzt hier da weiter säen. Ach, weiter säen. Weiter, ähm, aber ernten. Ja, da geht's auf Feld 7 dann weiter, demnächst mit Mais. Mhm. Auch für die BGA dann. Du setzt vielleicht hier den, den Drescher, den kannst du ja eben hier zu Feld 14 rüberfahren, da kann er weitermachen. Ja. Das würde ich jetzt mal so sagen. Und es ist ja hier eine Leerfahrt, wenn er hier die ganze Zeit nur rumsteht. Ich überlege gerade, in der nächsten Aufnahme werde ich dann wahrscheinlich auch wieder mit zwei Leuten aufnehmen und dann mit jemanden, der halt, dann fahren wir gleichzeitig den, äh, Mais ab, weil dann, die ersten Hänger sollen ja dann erstmal rübergehen zum, ähm... Kuhweide. Kuhweide, genau. Da gingen fünf Hänger rein, 5,60 Tonner, ne? 300 Tonnen sind das dann. Ja, da passen 300 Tonnen rein. Okay. Und dann Mais, äh, Gras wahrscheinlich genauso viel, ne? Ähm, Gras ist kein richtiges Silo da. Da hast du einfach nur den, ähm... Da hast du die, äh, wie heißt das Ding, ähm, genau den Futtertrog. Wo man nachher auch die Silage reintut. Also man muss nachher erst die Silage halt ganz normal in Silo tun. Den Mais. Und danach halt dann die, ähm... Danach wird die Silage halt auch über so einen Futtermischwagen, weil das ist nur so ein kleiner Bug, der funktioniert und nicht anders. wird dann halt die Silage dann da reinge... ähm... Wird halt die Silage, ähm... Halt auch in den Futtertrog reingekippt über den... Futtermischwagen da. Ja. Okay, ich würde auch sagen, eigentlich so wirklich was zu tun haben wir gerade nicht mehr. Ja, wie gesagt, wir könnten wohl den... Eigentlich kann der Drescher, der kann wohl weitermachen. Ja, aber, ähm... Der Part hat auch schon wieder eine deutliche Überlänge. Mhm. Und ich wollte jetzt eigentlich, glaube ich, aufhören. Dann sollten wir den auch beenden. Ich falle noch eben kurz zum Feld rüber, dann ist der schon mal da bereit. Sonst vergisst er das nachher beim nächsten Part noch, ne? Genau, ich jogge dir mal hinterher. Bist ja sportlich. Mit Taschenlampe. Mhm. Da frage ich mich sowieso... Da muss ich mir jetzt mal angucken, wie das aussieht mit Taschenlampe. Ich hab jetzt Licht an gerade. Weil das hat mich nämlich schon mal... Mach du mal Licht an. Jetzt hab ich Licht an. Seh ich nicht. Ja. Weil ich dachte schon, der muss ja irgendwie eine Taschenlampe oder sowas... Ja, Handscheinwerfer. Ja. Fernlicht. Ja, ich würd sagen, das war's dann für diesen Part. Und erst mal von der Aufnahme mit Dennis. Tschüss. Tschüss.